Um einen angenehmen Spaziergang haben zu können, starten wir aus der Ruhephase. Wir lenken den Fokus des Hundes auf uns mit den Leckerlis, um die äußeren Umstände für den Hund als uninteressant empfinden zu lassen. Sobald der Hund Blickkontakt aufnimmt, zufällig und freiwillig, belohnen wir. Das ist gleichzeitig Bindungsarbeit im Gelände. Trotz Reize, wie Spuren im Wald, andere Hunde in der Nähe, Menschen. Wir bauen keine Signale ein. Der Hund soll alles freiwillig mitmachen. Egal in welcher Richtung wir laufen, orientiert er sich freiwillig nach uns. Das ist wichtig als Bindungsarbeit und Orientierungsarbeit für eine spätere Freilaufmöglichkeit, falls die Hunde das natürlich individuell zulassen. Das bezieht sich auf die Dauer des Trainings. Jeder Hund ist individuell anzuschauen. Und auch die Trainingsmethoden sind aus verschiedenen Bausteinen individuell für den jeweiligen Hund zusammengesetzt. Das ist wichtig, weil wir die рай政府, die Multipel gibt, nicht gegenseitzt und die Regel erstellt.